Hallo zusammen, hallo Freunde, heute mache ich mal wieder ein großes Bild, das ist 80 cm auf 40 cm. Ich habe verschiedene Farben angemischt, von Silber, Bronze, Weiß, Kaminrot, Reflexionspink, Paralloblau, Gelbgrün, Indiengelb und Schwarz. So, jetzt haben wir es. Ich lasse Musik laufen, dann kann ich mich wieder auf das Bild konzentrieren. Ihr könnt in Ruhe zuschauen. Wenn ihr am Anfang Zellen seht, das sind wirklich die Luftbläschen, was ich dann verteile, also ich habe kein Silikon rein am Anfang, erst danach mit dem Stäbchen wieder was rein gemacht. Ich zeige euch jetzt aber auch noch geschwind die fertigen Bilder mal wieder. Das ist das Kleine, wo ich ja mit euch zusammen gemacht habe. Also es ist gut gewirkt, nicht gut verlaufen. Und möchte ich euch auch nicht schuldig bleiben. Das große, also ich finde es richtig cool geworden. Der Rahmen ist nicht ganz fest gewesen. Also das heißt, praktisch nicht gut bespannt gewesen, aber durch die Farbe ist jetzt fest geworden. Aber dadurch ist natürlich das Bild noch etwas nachgelaufen an manchen Stellen. Aber ich finde es richtig cool geworden. Die Harzbilder, die zeige ich euch dann, wenn man euch wieder ein Harzbild macht. Die genotneten Bilder. Okay, also wie gesagt, kein Silikon rein. Allein durch das Luftbläschen, was leider Gottes immer wieder kommen, wenn man es frisch anrührt, also bei mir zumindest, bilden dann die Zellen. Und danach habe ich erst reingetopft Silikon 500, muss ich auch dazu sagen, von der Viskosität her. Also dann lasst uns starten, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.